Ich mag U-Bahn fahren. München. Teenager jagen mir eine scheiß Angst ein, schreibt Travis W. 21 auf seiner Homepage. Travis W. ist ein schmächtiger junger Mann, ein Typ, der keiner fliege, was zu leide tut. Ich mag U-Bahn fahren, schrieb Travis unter dieses Bild. Das hat sich jetzt geändert. Mit seiner Angst vor Teenagern ist Travis nicht allein. Uns allen jagen sie eine Angst ein. Zwei Schläge ergreifen im U-Bahnhof Neuperlach an. An diesem Abend ist Travis auf dem Weg nach Putzbrunn. Zusammen mit einer Freundin fährt er mit der U-Bahn nach Neuperlach. Das Mädel lacht in der U-Bahn. Den Schlägern passt das nicht. Sie pöbeln die jungen Leute an. Travis sagt, ihr seid ja betrunken. Da haut ihm der 19-Jährige auch schon ins Gesicht. Und yet you stand there and shake your foolish head dramatically. Shake your foolish head dramatically. Your foolish head dramatically. Wann geht's los? Wann geht's los? Wann geht's los? Wann geht's los? Nimmst du mich auf? Faito. Ich hatte eine engelsgleiche Erscheinung. Bei der Schneeballschlacht gestern. Das war gar nicht gestern. Das ist schon länger her. Ja. Ja.